Hallo und herzlich willkommen liebe Raubfischangelfreunde, ich grüße euch heute aus Sachsen-Anhalt von der Saale in der Nähe von Kalbe. Wir wollen hier heute mal zwei Stunden lang den kleinen Abschnitt beangeln. Das Wasser ist ziemlich trüb, darum setze ich heute mal wieder auf Schockfarben. 10 cm Shed am 10 Gramm Bleikopf, das sollt ihr hier nügen, wenn nicht sehe ich vielleicht noch hoch auf 12 Gramm. Schauen wir mal für den einen oder anderen Fisch zum Fotosuiteln über reden können. Bis zum nächsten Mal. 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 ja hoplo Ja, also wie ihr seht, sind ja nicht nur Fische gefangen, sondern auch das Zubehör. Ja Leute, die schöne Zeit ist jetzt vorbei, wir haben uns die zwei Stunden hinter uns gebracht, das ist ja ablegentlich ein Anfasser, ein Flussbarsch, ein Gummi habe ich noch verloren, dafür wurde ich entschädigt mit so einem kleinen Wobbler hier, den habe ich rausgeholt, alles in allem bin ich zufrieden, ciao, bis zum nächsten Mal.